servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute zu einer etwas anderen ausgabe der news kompakt denn es ist wochenende ich habe darauf verzichtet in letzter zeit auf einige videos und ich würde sagen der sonntag ist eigentlich ein guter tag um so die kurioseste meldungen die es nicht im video geschafft haben aber trotzdem ganz nice sind oder nicht nur kuriose sachen aber vielleicht auch so kleinkrams was vielleicht unter tisch gefallen ist noch aufzuarbeiten und damit wollen wir heute starten wir haben unter anderem die meldung dass ihr hier vor allem vielleicht für twings interessant jetzt noch höher upgraden könnt dank der neuen renown stufen wir haben zu dem neuen büchermount was kommen soll das mount special und das sieht richtig richtig nice aus und ich glaube die kurioseste geschichte die ich gelesen habe in den letzten tagen zusammen haben mit wo w dass letzten endes ein hexenmeister nerf dafür verantwortlich war dass die kryptowährung ethereum erschaffen wurde mehr oder weniger also es ist wirklich was dahinter ist es keine typische bild clickbait fake scheiß werbung also gucken wir uns alles mal an wenn euch das video gefällt lasst gerne ein like und ein abo da aktiviert die glocke und damit starten wir rein wir haben als erstes die meldung dass ja jetzt in dieser id die ruhmstufe mit 76 gecappt ist und das bedeutet ihr könnt jetzt auf den live server das kortische kortianische whatever gear auf bis zu item level 233 upgraden was ihr dafür benötigt ab ruhmstufe 75 ist ein item zu kaufen was es euch ermöglicht die items auf ein solches level abzugraden kostet euch insgesamt 8000 katalogisierte forschung also wenn ihr ein bisschen aktiv gespielt haben solltet dürfte das kein problem sein und letzten endes bedeutet dieser rang 6 item level 233 das ist meiner meinung nach für den aufwand der dahinter steckt man braucht ja dann auch noch die ganze katalogisierte forschung für die items und und das dann für mal was weiß ich wie viele items für den aufwand der dahinter steckt ist es schon ziemlich wenig und da muss ich sagen fand ich zum beispiel das gear aus nasiatar was du mit den perlen aufwerten konntest oder so weiß ich nicht das ließ sich irgendwie komfortabler aufwerten und farben und sonst irgendwas da finde ich das jetzt nicht so geil in dem fall wo du 233 upgraden könntest ein item wohlgemerkt und 50.000 katalogisierte forschung fahren muss um auch erstmal dieses item zu kaufen weiß ich in der zeit kriegst du es auch hin mit mythic plus und mit random race das gear auf weiß ich nicht ein höheres item level zu bringen aber es gibt die möglichkeit und theoretisch wenn ihr bock drauf habt dann könnt ihr das jetzt machen kommen wir zu dem soaring spell tome mount ich habe immer noch keinen deutschen namen davon entdeckt wo es bisher immer nur bilder gab also das wird das mount aus dem magiaturm was nicht so ganz einfach zu erreichen sein wird aber es ist halt letzten endes ein großes buch auf dem ihr fliegen könnt das finde ich schon mal ziemlich cool weil ich bin immer freund von mounts oder models die so im spiel noch nicht so wirklich vertreten sind statt dessen oder statt immer dem 37 recolor bisher gab es wirklich immer nur bilder und jetzt hat tatsächlich ein spieler auf youtube leist tv das video zum mount special hochgeladen machen wir mal einen kommentar ausreicht wenn einer dummes geschwätz bringt und das mount bekommt ihr erstmal wenn ihr alle herausforderungen sieben stück in dem magiaturm abschließt da hatten wir auch schon mal ein video dafür braucht ihr mindestens drei charts da verschiedene herausforderungen verschiedene klassen brauchen und da haben wir jetzt schon mal wie das mount beschworen wird das finde ich schon mal ziemlich geil und das ist das mount special also das ist letztendlich wenn ihr leertaste drückt oder slash mount special eingibt ihr fliegt mit eurem char in die luft kanalisiert irgendwas in so einer kugel und das buch unter euch leuchtet und dreht sich und gefällt mir echt gut sieht sehr sehr nice aus da fliegen noch die seiten hoch und so weiter das mount gefällt mir echt gut es ist was anderes passt jetzt vielleicht nicht so super zu einem org krieger oder so der dann auf so einem ja eher wissenhaft ansehenden und aussehenden buch durch die gegend fliegt hier seht ihr nochmal wie das mount aussieht wenn es fliegt also scheinbar wird das steuert euer char das über so eine kugel die ihr dann automatisch in der hand hält aber könnt mir durchaus vorstellen für die ein oder andere klasse vielleicht auch für roleplayer dürfte das mount ziemlich interessant sein und da es nicht so super einfach zu bekommen ist ist auf jeden fall ganz nett wenn man es hat und jetzt kommen wir zu der angesprochenen kuriosen meldung und das habe ich auch noch nicht gehört also letzten endes geht es um vitalik buterin der hat letzten endes im jahr 2012 2013 ist er in das thema kryptowährungen eingestiegen hauptsächlich durch bitcoin am anfang und er ist der auf anderen seiten wurde es genannt konzeptionelle entwickler von ethereum also er hatte entscheidenden anteil daran dass diese kryptowährung so entstanden ist wie es sie jetzt heute gibt und warum es dazu kam ist letzten endes weil blizzard im jahr 2010 hexenmeister genervt hat da ist von seiner seite auch ein bisschen übertreibung mit drin ja aber auch viel wahrheit letzten endes vitalik hat world of warcraft gespielt und wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt hexenmeister das ganze sorgte dafür ähm er ist 1994 von russland nach kanada gezogen und hat zwischen 2007 und 2010 world of warcraft gespielt und dann hat er hexenmeister gespielt und seine lieblingsfähigkeit war wohl siphon life lebensentzug und blizzard hat mit einem nerf die damage komponente dieser fähigkeit weggenommen und dass sie nur noch geheilt hat jetzt hat er dann dazu selber geschrieben er hat sich danach in den schlaf geweint und so weiter und so fort das wird wohl ein bisschen übertrieben sein aber er sagt dazu er hat damit gemerkt dass er so zentralisierten service nennt er es jetzt hier also weiß ich nicht zentral bearbeitete sachen die dann letzten endes alle spieler betreffen das hat ihm nicht gefallen und diese änderung hat dafür gesorgt dass es ihn so aufgeregt hat dass er world of warcraft gespielt hat das hat jetzt nicht also dafür gesorgt oh die haben das genervt jetzt erfinde ich eine kriptowährung aber dadurch dass er aufgehört hat world of warcraft zu spielen hat er sich ein neues hobby gesucht dadurch kam er zum thema bitcoin und kriptowährung was am ende viel viel seiner zeit beansprucht hat über 30 stunden die woche was letzten endes wie ein fulltime job für ihn war und am ende hat es dafür gesorgt dass er sich ja umorientiert hat und seine eigene kriptowährung konzeptioniert hat und so kamen wir dann zur währung ethereum und das man kann jetzt sagen der nerf hat nicht direkt dazu geführt aber das sind ja manchmal so sachen wie zum beispiel wäre es jetzt beispiel bei mir hätte es die corona pandemie nicht gegeben hätte ich nie aus langer weile gesagt ich fange an mit einem world of warcraft youtube hätte ich nie gemacht und ich würde nie hier sitzen und das jetzt machen mit all den sachen die noch kommen die gerade in der pipeline sind es hat mein leben nachhaltig verändert und in dem fall war es eine kleinigkeit nach dem motto ihn hat es so aufgeregt dass er die zeit die er sonst in world of warcraft gesteckt hat eben in kriptowährung gesteckt hat und das finde ich was manchmal für banale sachen für auswirkungen haben ist schon ziemlich interessant das könnte man ja auch zum beispiel auf mich reproduzieren ich spiele jetzt seit zwölf jahren bei world of warcraft und habe über 500 tage spielzeit da reingesteckt was wäre passiert wer 2000 weiß nicht wann kam zum beispiel mr pandaria 2013 kam das glaube ich wäre das elton so schlecht gewesen dass ich damals aufgehört hätte nie world of warcraft gespielt hätte weiter was wäre aus meinem leben passiert so ich glaube ich hätte zwar keine kriptowährung erfunden aber who knows finde ich ziemlich interessant und die geschichte ist echt lustig und jetzt habt ihr sogar noch ein bisschen was gelernt an dieser stelle danke fürs zusehen ich wünsche euch damit noch einen schönen sonntag lasst es euch gut gehen ich weiß nicht hatte ich schon gesagt am anfang ich weiß nicht sorry wenn ich mich doppelt wenn euch das video gefallen hat lasst ein like und ein abo da aktiviert die glocke und damit bis zum nächsten video habt noch einen guten tag reingehauen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal